Sinegos sollte nun im verhüllten Ossoarium sein. Alexdrasa und ich werden uns euch bald anschließen. Maligos und Syndragosa starben beide gewaltsam. Ihre verbleibenden Essenzen zur Ruhe zu betten, ist das Mindeste, was wir tun können. Gebellen von dem Außenposten überfalle Zivilisten auf den Straßennachwaltracken. Setzt ihren Machenschaften ein Ende? Meine Notizen zufolge sollte es hier einzigartige Artefakte geben. Sucht in den oberen Bereichen. Mein Team bleibt weiter unten. Großvater, sicher könntet ihr euch ausruhen und das Aufräumen hier jemand anderem überlassen. Erlaubt einem alten Drachen etwas Nostalgie. Ich war einst der Hüter dieses Ortes, als ich jünger war als ihr.